Hans Magnus Enzensberger, Sie werden, wenn ich richtig gerechnet habe, im November 86 Jahre alt. Was für ein Mann sitzt vor mir? Wie ist Ihre Grundstimmung im Moment? Wie ist das Lebensgefühl? Gefasst. Gefasst. Ich finde das alles noch erträglich. Das Alter wird gefürchtet, aber solange das intakt ist und solange das intakt ist, sehe ich gar kein Problem. Also keine Melancholie? Nein, die Melancholie ist immer ein Begleiter. Auch mit 17 wird man melancholisch. Da hat man riesige Probleme. Diese verdammte Adoleszenz ist doch nicht beneidenswert, jung zu sein. Wenn man zurückschaut auf Ihr Leben, dann ist es ja ein Leben im Zeichen der Literatur. Und ich würde gerne mal ganz weit zurückblücken, weil Sie sind 1929 geboren. Sie haben dann in jungen Jahren natürlich das Dritte Reich, den Zweiten Weltkrieg erlebt. Und dann denkt man, Sie als junger Mann, man hat so das Gefühl, da lag das Land in Trömern nieder. Und da gibt es, sagen wir mal, schwereres als die Literatur. Und dennoch sind Sie den Weg der Literatur gegangen. Naja, aber das kann man auch sagen. Die Großeltern sagen immer, der Junge hat ja nichts Anständiges gelernt. Zum Beispiel wäre er Schreiner gewesen. Ein Kunstschreiner, ein guter Schreiner, Ebbenist. Das wäre was Solides gewesen. Aber wer weiß, was aus diesem Jungen wird. Ja, also, aber das war alles nicht so schlimm. Und ich konnte auch nicht gut Fußball spielen. Also, es blieb eigentlich gar nichts anderes übrig. Und mir hat es Spaß gemacht. Ich leide nicht unter diesem Beruf. Ich mache das gerne. Viele Schriftsteller leiden ja immer. Das kann ich nicht von mir behaupten. Ich habe mich auch amüsiert. Das waren natürlich dann, es gibt auch Nackenschläge, Niederlagen und das macht doch nichts. Das muss man, das muss man trainieren. Das muss man, ein Boxer muss auch trainieren. Und ein Schriftsteller muss auch trainieren. Der muss gute Fußarbeit. Der muss sich bewegt. Der muss beweglich sein. Und der darf nicht immer gleich beleidigt sein. Das ist schlecht. Was waren denn, wenn Sie versuchen, mir das zu beschreiben, in Ihrer Jugend, Bücher? Weil, bevor man selber schreibt, wird man sicherlich einiges lesen. Waren das Fenster oder Lichtblicke in einer dunklen Zeit? Naja, ich bin ja ein Allesfresser. Das heißt, ich habe schon als Kind immer alles durcheinander gelesen. Also da gab es, natürlich gab es Gullivers Reisen. Das war ganz wichtig. Aber es gab auch das Vibe bei den Naturvölkern zum Beispiel. Ein wichtiges Buch für einen Zehnjährigen. Ja, alle möglichen ferne Kontinente, Geheimnisse von Frauen und so weiter. Und Atlanten waren ganz wichtig, weil man konnte reisen, ohne zu reisen, auf der Landkarte. Ich hatte eine Sammlung von Kursbüchern, von Eisenbahnkursbüchern von meinem Vater. Und ich konnte verfolgen, wie kommt man von München nach Wladivostok. Und von Wladivostok nach Yokohama auf Japan mit einem Schiff. Und solche Reisen habe ich dann, imaginäre Reisen gemacht. Das war doch eine Unterhaltung und hat einen abgelenkt von den Schrecklichkeiten. Und der Entschluss, in Anführungsstrichen Schriftsteller zu werden, war das ein bewusster oder war das ein zufälliger Weg? Nein, man hat ja immer was gekritzelt schon. Dieses, ist ja auch eine Art Sucht, Lesen und Schreiben ist ja Sucht. So wie Tabak oder Koffein oder sonst irgendwas. Keine lebensgefährliche Droge ist es nicht für mich. Also es war nicht wie Mess oder Amphetamin, wo war es nicht. Es war irgendwie, ich konnte das unter Kontrolle behalten. Und ich hatte Glück. Man muss ja Glück haben. Ein bisschen Fortunen und mit Talent allein und Fleiß allein ist noch nicht genug. Du musst auch noch ein bisschen Fortunen haben. Und ich hatte glücklicherweise, vielen Dank, weiß nicht warum. Sie hatten ja nicht nur Fortunen, sondern ein besonderes Gefühl für Sprache, insbesondere auch für Poesie, für Gedichte. Ihr erster Erfolg war ja ein Gedicht. Ja. Erzählen Sie mir von Ihrem Verhältnis zu Gedichten. Warum liegen die Ihnen? Was können die? Warum sind die so besonders? Ja, weil das ist die ökonomischste Form. Weil Sie können mit einer Seite ein Gedicht schreiben, aber Sie können nicht mit einer Seite einen Roman schreiben. Das dauert jahrelang und vielleicht bin ich auch zu ungeduldig. Ich möchte nicht so ein Epos in drei Bänden, das ist nicht mein Temperament. Und ich möchte beweglich bleiben. Und die Poesie hat auch diese Eigenschaft. Sie hat ja, es gibt Spezialisten unter den Dichtern. Der eine ist ein Liebesdichter, der andere ist ein Gesellschaftskritiker, der andere ist ein Naturdichter und so weiter. Und ich sehe das nicht ein. Ich verstehe das nicht, warum man sich da spezialisieren soll. Man kann doch, das ist auch ein Allesfresser. Ich kann über Wissenschaft, ich kann über Physik ein Gedicht schreiben. Warum diese Reviere? Wir sind doch keine Kellner, der diesen Tisch bedienen muss. Man kann sich bewegen. Also so ist mein, ich mache keine Regeln für die anderen. Das mache ich überhaupt nicht. Weil man kann die nicht, die Akademiker wollen immer eine Regel erfinden, wie man, es gibt eine ganze Lehre der Poetik, es gibt Literaturwissenschaften und ich respektiere das. Aber ich mache nicht die Regeln für die anderen. Und die können, macht was ihr wollt. Und ich mache, was ich will. Wenn man Ihre Gedichte liest, auch Ihre anderen Bücher, ich will das gar nicht verallgemeinern, aber was mir als Laie auffällt, ist, Sie haben eine sehr klare, direkte Sprache. Sie ist schnörkellos, Sie können im positiven Sinne mit einfachen Worten etwas ausdrücken. Es gibt ja andere Gedichte, die sehr kompliziert sind. Na ja, ich denke, ich mache immer diesen Vergleich, ein Gedicht sollte vielleicht wie eine Zwiebel sein. Das heißt, Sie haben eine äußere Schale, die kann jeder sehen ohne Vorbereitung. Da braucht er nicht ein Seminar oder eine Interpretation, sondern jeder muss einen ersten Zugang haben. Und wer dann noch ein bisschen genauer hinschaut, kann diese rosa Hülle wegnehmen und dann kommt die nächste Schicht. Und so können Sie, wenn Sie es können, Brecht konnte das. Brecht-Gedichte sind immer verständlich. Aber um ein Brecht-Gedicht ganz zu verstehen, muss man schon etwas im Hintergrund haben. Man muss ein bisschen etwas vorwissen. Man muss zum Beispiel, es ist gut, wenn man die Bibel kennt. Heute, viele Leute können die Bibel, wissen nicht mehr die Bibel. Und die haben natürlich ein Problem, die können nur die erste Schale verstehen und die nächste Schale nicht. Aber jeder Leser macht, was er will. Darf ich Sie bitten, sich kurz zurückzuversetzen in Ihre Anfangsjahre hinein. Also sagen wir mal so um 1960. Denn aus heutiger Sicht, ich möchte nicht sagen verwundert ist, aber es ist doch ein Poesieband in eine Zeit hinein, der unglaublich erfolgreich ist. Hat man damals... Sie haben sich auch geärgert. Und es gab auch viel Ärger. Das war alles so ein bisschen... Das war auch ein bisschen schrill. Junge Menschen sind schrill. Sie sind ein bisschen zu laut vielleicht manchmal. Aber das war auch eine Notwendigkeit. Man musste da irgendwie auf den Tisch hauen mal. Und so nicht immer so sanft und nett sein. Das geht ja nicht. Und außerdem, mit diesem Alter ist man dann auch irgendwie frech. Ein bisschen unverschämt sogar. Man respektiert Autoritäten nicht. Und deswegen sind diese alten Gedichte da. Die sind mir manchmal nicht so... Die sind mir manchmal ein bisschen peinlich sogar. Aber das muss auch sein. Das muss auch sein. Das gehört dazu. Das haben die alle... Die alle waren... Ich bin bei Weitem nicht der Frechste. Ich meine, Rimbaud war viel frecher. Aber diese Zeit, so um 1960, war ja der Beginn, sagen wir mal, einer Übergangszeit. Also jetzt plakativ gesprochen Stunde Null, dann so die Wirtschaftswunderjahre, die alten Nazis in der Regierung, im System. Und dann auf einmal so langsam Ulrike Meinhof, die Fröhenschriften, Beginn des Auschwitz-Prozesses. Da hinein in diese Zeit haben Sie und andere publiziert. War das auch der Hunger nach etwas Neuem, der Bruch mit dem Alten? Wie sehen Sie das heute? Naja, also das war ja der komische Fall, die komische Situation von einer Gesellschaft. Die deutsche Gesellschaft musste neu gegründet werden. Die war so nicht mehr lebensfähig. So ging es nicht weiter. Und so etwas geht auch nicht so ruhig hin, sondern da gibt es alle möglichen Geburtswehen, sozusagen. Das sind ja komplizierte Prozesse. Alle Transformationsprobleme dieser Art. Man sieht zum Beispiel in Osteuropa die Polen. Also man muss die anderen auch sehen. Nicht nur die Deutschen haben ein Problem. Viele haben ein Problem mit der Kollaboration, mit diesem, mit dem Bürgerkrieg, voll von solchen Geschichten. Also die Deutschen sollen bitte nicht glauben, dass sie die einzigen sind, die ein Problem haben. Wir haben vielleicht ein besonders großes Problem, aber andere sind nicht. Jeder hat Obsessionen. Wir können ja nicht, ohne Obsessionen gibt es keine Gesellschaft. Waren Sie Geburtshelfer dieses Umbruchs, dieses Neubeginns? Hinterher kann man das vielleicht behaupten, aber das wusste man gar nicht, was dabei herauskommt. Das konnte man nicht vorhersehen. Ich hätte, wenn mir 1945 jemand gesagt hätte, ich sehe einen Film über München heute oder Hamburg oder Berlin heute, hätte ich gesagt, das kann nicht sein. Das wird nie wieder bewohnbar. Das Land ist bewohnbar geworden. Zu meiner Überraschung. Überraschend. Sie sind ja bei allem Engagement, das nicht nur in Ihren Büchern, sondern auch in Ihren Zeitkommentaren liegt, immer ein, ich möchte sagen, unideologischer Mensch gewesen. Also auf jeden Fall kein verbohrter und irgendwo auch ein fröhlicher Mensch. Naja, also ich weiß nicht, ich bin, ich habe vielleicht auch ein Defizit, nämlich ein Gläubigkeitsdefizit, weil alles, was mit Ismus aufhört, sage ich, muss man genauer hinschauen, was ist denn das eigentlich hier, ja? Und dann stellt sich oft heraus, dass das gar nicht übereinstimmt mit der Realität. Und man muss genau hinschauen und mit anderen zusammen findet man schon mehr heraus. Man kann die Welt nicht aus Büchern allein lernen. Das geht ja nicht. Man muss hinschauen. Aufmerksamkeit. Es gibt einen russischen Dichter, man namens Mandelstamm, Ossip Mandelstamm, und der hat gesagt, das Wichtigste an einem Dichter ist die Aufmerksamkeit. Das fand ich sehr vernünftig. Das ist sehr gut. Als ich jetzt Ihr jüngstes Buch gelesen habe, Tumult, ist mir aufgefallen, wie viel Sie gereist sind und von der Welt gesehen haben, auch welche Türen sich für Sie damals schon geöffnet haben, hat das sozusagen Ihrem naturell entsprochen? Waren Sie ein neugieriger, junger? Ja, das schon. Aber es gab eben auch das Gefühl, dass ich bis im Alter von 17 Jahren in Deutschland eingesperrt war. Also ich konnte ja gar nicht raus. Es gab keinen Pass. Man konnte nicht einfach sagen, morgen fahre ich jetzt nach Paris. Nach Paris kam ich nur mit einem Stiefeln als Okkupant. Und da war ich zu jung. Die konnten mich gar nicht. Ich war 16, 17. Am Schluss haben sie mir noch eine Uniform gegeben, die Idioten. Aber ich wollte ja nicht. Ich wollte nicht. Und dann war eben die Parole, nichts wie raus hier. Also Klaustrophobie. Eine Klaustrophobie im eigenen Land. Und du musstest hier weg. Und dann hat man ein paar Sprachen gelernt. Und dann ist man da hingegangen. Und man hatte kein Geld. Das macht auch nichts. Man kann auch ohne Geld. Man kann trampen. Man kann irgendwie. Macht auch nichts. Aber raus hier. Und das war ganz wichtig. Und seitdem. Das war auch eine Art. Weil man sieht dann das eigene Land anders, wenn man weg war. Und man sieht einige Sachen schärfer und andere Sachen. Es gibt auch so eine. Man kann sich aussöhnen. Auch mit dem eigenen Land. Man braucht nicht sein Leben lang so tun, als wenn Deutsch sein ist kein Beruf, sage ich immer. Ist kein Beruf. Es gibt tausend andere Sachen in der Welt, wo es nicht darauf ankommt, ob du deutsch bist oder nicht deutsch bist. Das ist ja auch eine Obsession. Und so gilt für anderen auch. Ich meine, wenn man nur Franzose ist, ist es auch nicht so gut. Und sollte nicht Pluripatriotismus. Bin ich für den Pluripatriotismus. Ich bin ein bisschen norwegischer Patriot. Hab da sieben Jahre gelebt. Bin ein spanischer Patriot. Und so weiter. Man muss das verteilen. Dann ist es auch nicht mehr so gefährlich. Kann ich verstehen, wenn Sie sagen, wir rollten raus und sagen dann Frankreich. Aber Sie sind ja auch in die andere Himmelsrichtung gereist, in die Sowjetunion, in den damaligen Ostblock. Haben Sie diese Reisen auch sozusagen immun gemacht gegen die Ismen dieser Welt? Naja, nein, das war ja so, dass ich komme sozusagen, also ich komme aus einer sogenannten linken Kultur. Und das war ursprünglich im Adenauer Deutschland war das fast ein bisschen verboten. Und ich habe dann Marx damals studiert und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja gut, es ist alles schön und gut. Wunderbar, der schreibt sehr gut, dieser Marx, der ist ein sehr intelligenter Mann. Aber jetzt will ich mal selber sehen. Ich kann das ja nicht aus Büchern. Ich bin doch kein Seminar-Marxist. Bin ich nicht. Also hingehen und selber schauen. Und da war ich in all diesen Ländern. Ich habe mir das genau studiert. Ich war ein Jahr in Kuba. Ich war in Bulgarien, ich weiß nicht was, in Jugoslawien. Da habe ich mir alles selber angeschaut. Und habe dann eben festgestellt, dass das nicht funktioniert. Und habe versucht zu verstehen, warum das nicht funktioniert. Und habe dann wunderbare Freunde dort gefunden, mit denen man auch offen sprechen kann. Und da habe ich etwas kapiert. Man kapiert ja nie genug. Aber ein bisschen was kann man schon kapieren. Kostet ein bisschen Zeit. Ist auch lustig. Was mir im Laufe der Jahre aufgefallen ist, das mag Zufall sein oder nicht, das ist dann die Frage, dass Sie ein feines Gespür für Entwicklungen haben. Sie haben ja frühzeitig ein Buch geschrieben, wo von Ossis und Wessis die Rede war. Sie haben ja über Migration geschrieben, über den Bürgerkrieg geschrieben. Glauben Sie, dass in Anführungsstrichen unsere intellektuellen, also Schriftsteller, Philosophen, da ein ausgeprägteres Gespür haben, solche Entwicklungen früher wahrnehmen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Es gibt solche und solche. Es gibt auch, es gibt zum Beispiel fixierte Menschen, die auf irgendwas fixiert sind. Die können da nicht weg. Das ist auch ein Temperament. Ich meine, der eigensinnige Hamsin, der war ja fixiert. Der war ein großer Mann. Ich bewundere ihn. Aber ich möchte nicht mit seiner Gedankenwelt, könnte ich nicht gut umgehen. Und so weiter. Also nein, das ist eine Frage der Antennen. Der eine hat die Antenne für das. Der eine hat für Insekten. Der versteht über Schmetterlinge. Nabokov war Leptyrologe. Der war ein Schmetterlingsforscher. Der war nicht nur ein guter Schriftsteller, sondern der hatte diese Fähigkeit, dieses Sensorium. Der hatte dieses Gefühl dafür, den Geschmack, die Oberfläche von einem Schmetterlingsflügel. Da war der verliebt. Da war er verliebt. Ja gut, da hat er Antennen dafür. Und für andere Sachen hat er keine Antenne. Welche Antenne ist bei Ihnen denn besonders ausgeprägt und welche vielleicht nicht so? Ja zum Beispiel bin ich, das hat auch Defizite, weil zum Beispiel es gibt Grenzen der Soziabilität, der Gesellschaftlichkeit. Also zum Beispiel, wenn da zu viele Menschen sind, ist mir unwohl. Ich kann zum Beispiel nicht in einem Fußballspiel zuschauen, weil das eine Massenversammlung von tobenden Menschen ist und da habe ich einen Fluchtreflex. Also das sind auch Nachteile damit verbunden. Ich habe zum Beispiel ein kleines Problem mit Institutionen. Ich möchte nicht Präsident von irgendwas, möchte ich nicht gerne sein, weil das, da muss man Sitzungen und Statuten und sowas, die muss man formalisieren. Und Institutionen sind notwendig. Ich verstehe, dass die notwendig sind, aber ich möchte eine gewisse Distanz zu dieser Institution haben. Ich möchte da nicht in die Kommission. Deswegen war ich nie in der Universität, weil da gibt es, da muss man Gremien, gibt es in den Universitäten, da muss man da sein, da gibt es die Kommission für die Neubesetzung des Lehrstuhls und so weiter und so weiter. Und jede Institution hat solche Pflichten. Und ich bin natürlich auch ein bisschen ein Unzuverlässiger. Man muss zuverlässig sein. Man muss zuverlässig sein und das ist schwer. Wir haben als Gesellschaft ja an unsere Intellektuellen immer besondere Erwartungen. Wenn ein Afghanistan-Krieg ausbricht, dann möchten wir gerne hören, was Hans-Marcus Enzenberger dazu zu sagen. Nein, ist ja Unsinn, weil Intellektuelle sind auch nicht klüger als andere Menschen. Es gibt auch dumme Intellektuelle. Das muss man doch, das sieht man doch, braucht man nur eine Zeitung zu öffnen, dann sieht man, es gibt auch prätentiöse, die eigentlich keine Ahnung haben, aber über alles, die italienische, in Italienien gibt es den Ausdruck, man sagt von jemandem, er ist Tutologo. Das ist ein Alleswissenschaftler, der ist für alles zuständig. Und den kann man anrufen. Das ist gut für die Zeitungen. Man kann den Alleswisser anrufen. Das ist doch praktisch. Etwas, was mit Ihren Reisen und vielleicht auch Ihrer Neugier zusammenhängt. Sie haben ja auch als Verleger und als Übersetzer unglaublich viel ausländische Literatur nach Deutschland gebracht, auf Ihre frühe Poesiesammlung von Gedichten unserer Zeitung, die Sie viel übersetzt haben. Das muss man sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Tradition in Deutschland, da bin ich ja gar nicht der Einzelne, sondern die haben, wenn man so, zum Beispiel die ganze skandinavische Literatur ist oft via Deutschland nach außen gekommen. Also Ibsen, Strindberg, Tutiquanti, Hamsun und da gibt es eine alte Verbindung. Und das ist doch gut, weil es gibt viele Nachteile, warum man die Position Deutschlands auf der Landkarte in der Mitte. Es gibt auch Nachteile davon, diese ganzen Nachbarn, das ist kompliziert und so, aber trotzdem ist es immer ein Durchgangsland und da ist die Übersetzung gut. Übersetzen ist gut, mir gefällt. Ich übersetze selbst gerne, ich mache es so, mit der linken Hand kann man übersetzen, wenn man Zeit, wenn man ein, ich habe, heute fällt mir nichts ein, aber da gibt es dieses, das ist doch gut, das könnte man schnell übersetzen. Wie sehen Sie denn unsere Zeit heute, jetzt mal abgesehen von Ihrem Grundoptimismus? Grundoptimismus weiß ich auch nicht. Das ist immer eine Mischung. Sie sind ja simultan der schwärzeste Pessimist und der munterste Optimist gleichzeitig. Nein, das kommt jetzt drauf an. Ich war jetzt gerade bei Freunden hier in Zelland, die haben ein Haus. Das war eine Idylle. Das war ja herrlich. Das waren wunderbare Gastgeber, Bäume, ein Garten, eine Idylle. Wenn man da nicht Optimist sein soll, dann muss man doch Optimist sein erst mal. Aber dann fahren Sie schon ein bisschen, dann fahren Sie schon in Westerbue, in Kopenhagen, ist es nicht mehr ganz so idyllisch. Also Sie sind gleichzeitig das eine und das andere. Es ist eine Mischung. Wir sind doch gemischte Menschen. Menschen sind gemischt. Welche Themen bleiben denn, wo Sie auch sagen, also das reizt mich so sehr, da engagiere ich mich. Also sind das so diese Klassiker Krieg und Frieden, Europa, Überwachung. Was bringt Sie noch auf die Palmen? Nein, im Grunde will ich ja meine Ruhe haben. Nur manchmal platzt man vor Wut. Irgendeine Sache damals, wie das anfing mit diesen xenophobischen Sachen da in Deutschland, das ist schon lange ganz mittlerweile her. Das war Ende 70er Jahre und da haben sie die Häuser angezündet von irgendwelchen Ausländern und so weiter. Und da ist mir der Kragen geplatzt. Und da habe ich mich dann damit beschäftigt. Ich habe so ein paar Sachen geschrieben und so. Aber jetzt überlasse ich das anderen, weil es ist jetzt ein Thema, das in jeder Zeitung steht. Und das muss ich jetzt nicht auch noch. Man muss nicht verdoppeln. Man muss nicht alles verdoppeln, was in der Zeitung steht. Das brauche ich doch nicht. Das können andere machen. Der Grund, warum ich gefragt habe, war, ein Thema, bei dem Sie noch mal sozusagen publiziert haben und dazu geschrieben haben, war eben dieser Größenwahn der Überwachung. Sie haben ja irgendwann mal zehn Tipps, sich dagegen zu wehren. Warum bei diesem Thema, warum war Ihnen das so wichtig? Das ist vor allem etwas lästig, weil es gibt eine ganze, es ist auch schon eine Ideologie, die Digitalität, die Big Data. Big Data. Industrie 4.0. Industrie, diese ganze Propaganda, nimmer, die ist doch blöd. Das ist ja alles nur aufgebauschtes Schaumschlägerei, um Geld zu machen. Das ist doch nichts. Was ist denn das mit diesen ganzen Facebooks und dieses ganze Zeug? Vielleicht, also vielleicht liegt es aber nur daran, dass ich ein analoger Mensch bin und ich bin gerne analog. Ich esse analog, ich schlafe analog, ich liebe analog. Also ich liebe nicht digital. Das brauche ich nicht. Also vielleicht bin ich nur old hat. Ich bin nur ein Mann in einem gewissen Alter, der das nicht mehr mitkriegt. Dann eben nicht. Mach nur nichts. Kommen wir zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurück. Wenn Sie so ein bisschen bilanzieren, und wir wollen ja hier keinen Mikrologen schreiben, aber was bleibt denn? Denn wenn man 86 ist, bald 86 ist, weiß man ja, dass man auch nicht 80 Jahre übrig hat. Ja gut, aber das ist eine falsche Überlegung, weil was bleibt, weiß ich, das weiß man doch nicht. Die Welt ist auch sehr vergesslich und die hat ein Recht zu vergessen. Die braucht uns nicht, wir brauchen nicht die Unsterblichkeit, das ist nicht unser Thema. Das ist doch kein Thema. Also wenn jemand ein Mausoleum für sich selbst baut, der tut mir leid. Das ist doch vergeblich. Und da kannst du auch nicht gesammelte Werke mit 20 Bänden, das nützt gar nichts. Die Leute, auf jedem Flohmarkt findet man die gesammelten Werke von irgendjemand, den niemand mehr liest. Aber gibt es bestimmte Bücher oder Gedichte von Ihnen, von denen Sie persönlich hoffen, dass Sie bleiben? Es gibt schlechtere und bessere, nach meinem Urteil. Aber ich habe da nichts zu sagen. Ich habe dazu nichts zu sagen müssen. Die anderen, die urteilen. Da schreiben Sie ja auch in Tumult, dass Sie sich schwer tun mit Autobiografie. Ah, naja, das ist ja furchtbar. Das ist ja eine Furchtbarkeit. Weil da musst du einen Trick finden. Weil Autobiografie und Lüge sind sehr nahe beieinander. Und man muss irgendeine Methode finden, um die Distanz zu erzeugen. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, einen alten Herrn und einen jungen Mann zu konfrontieren. Und das ist natürlich erfunden. Und dann gibt es Dinge, die sind nicht erfunden. Und das muss ein Leser entscheiden können. Also jetzt erfindet er ein Gespräch, eine Fiktion. Und da ist aber etwas, das muss stimmen. Das muss eins zu eins richtig sein. Wenn der lügt, dann kann er widerlegt werden. So, das war die Idee. Aber ich meine, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Und der Zufall kam mir zu Hilfe, weil ich, ein Freund hat gefunden in meinem Keller, diese Schachteln. Und ich bin sehr vergesslich. Ich vergesse dann, was ich geschrieben habe. Das vergesse ich am liebsten. Das muss man ja wieder weglassen. Und da hatte ich die Sachen ausgepackt. Und dann habe ich entdeckt, diese Khrushchev-Geschichte da, das war aufgeschrieben. Das war schwarz auf weiß da. Eins zu eins war das da. Und dann habe ich gesagt, na gut, das wollen wir montieren. Das kann man montieren. Sodass das, die Perspektive von dem Damaligen und nicht die Perspektive von jetzt, das ist ein Unterschied von der Perspektive. Na gut, also es war ein Versuch. Man kann es so machen. Aber es bleibt immer ein Rest von Peinlichkeit in der Autobiografie. Hat es Vorbilder gegeben, beziehungsweise Menschen, die Sie besonders beeindruckt haben, wo Sie sagen würden, im Buch meines Lebens, obwohl Sie diese Autobiografie nicht schreiben, hätten die einen gewissen Punkt? Nein, das ist ja gar kein Unterschied. Man kann ja gar nicht sagen, dass der eine ist vielleicht seit 2000 Jahren tot. Der andere ist ein Typ, den ich im Café sehe. Der eine ist berühmt. Die andere ist eine wichtige Person in meinem Leben. Das ist vielleicht eine Frau. Aber der Name steht nicht in der Zeitung. Das ist doch vollkommen irrelevant. Darum geht es überhaupt nicht. Und das hängt vielleicht auch mit meinem Zweifel an der Wichtigkeit zusammen. Weil Wichtigkeit ist immer relativ. Und jemand, der glaubt, dass solche Berufskrankheiten von Politikern oder auch von Künstlern, ist der Größenwahn. Der Größenwahn ist doch nicht produktiv. Größenwahn als solcher ist nicht produktiv. Also das muss nicht sein. Natürlich gibt es solche Neigungen, aber das ist nicht nötig. Das ist einfach nicht nötig. Oder umgekehrt, jemand, der sich klein stellt, der, man kann auch die Bescheidenheit übertreiben. Auch falsch. Machen Sie sich manchmal Sorgen um die Literatur in unserer Welt, weil sie konkurriert ja mehr und mehr mit Medien. Sie waren ja immer skeptisch Medien gegenüber. Jetzt gibt es noch viel mehr. Jetzt gibt es die sozialen Medien. Ja. Ach, das macht doch nicht. Das ist vielleicht, wird vielleicht... Wissen Sie, wenn man ein bisschen zurückgeht ins 18. Jahrhundert oder ins 17. Jahrhundert, und da könnten die wenigen Leute lesen. Die Auflagen von den Klassikern waren so klein. Aber Minoritäten können sehr zäh sein. Also sind schwer, eine Minorität ganz abzuschaffen, ist ja doch ziemlich schwierig. Denn da sind irgendwelche Verrückte, die wollen das unbedingt weitermachen, ja. Die sind... Und ich will nicht sagen, das ist nicht wie eine Sekte, weil sie keinen gemeinsamen Glauben haben. Aber sie haben eine Passion. Und diese Leute... Und außerdem ist das eine sehr alte Sache, weil auch die... Auch diese jungen Leute, die nur digital... Die glauben, dass das die Lösung ist. Na gut, aber jeder von diesen Schülern kann mindestens ein Dutzend Popsongs auswendig. Auch den Text. Und was ist der Text von einem Popsong? Ist technisch gesprochen ein Gedicht. Also, das werden Sie nicht so längen. Das wird nicht verschwinden. Oder die alte Frau, die sagt... Vaterunser, die gebetet. Was ist ein... Oder die Fußballer, der eine Nationalhymne singt. Was ist denn das? Das sind alles Gedichte. Also, ich habe keine Angst, dass die aussterben. Haben Sie einen Ratschlag für junge Autor? Nein, 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 nein. Ich würde mir nicht... Ich würde mir nicht anmaßen. Wenn jemand kommt und... Ich kann vielleicht jemandem eine Hand geben. Also, ich kann vielleicht sagen, ja, du, ich würde mich an deiner Stelle... Würde ich das da versuchen. Oder, du könntest es ein bisschen kürzen hier. Also, so... Aber nur eine Hand geben. Und nicht Ratschläge, wie er es machen soll. Du musst doch selber wissen, wie er machen soll. Du musst doch selber wissen. Wenn er es nicht selber weiß, wird nichts. Gibt es ein Buch, das Sie gern geschrieben hätten? Weiß ich nicht. Nein, es gibt immer ein ungeschriebenes Buch, von dem man denkt, das könnte ich vielleicht noch schreiben, aber das ist wahrscheinlich zu schwierig und vielleicht wird es nie geschrieben. Letzte Frage. Sie sind 1929 geboren. Sie haben das Dritte Reich erlebt, den Auftakt, die Entwicklung der Bundesrepublik, die Wiedervereinigung, die Digitalisierung, die Globalisierung. Also, in Ihrem Leben ist eine ganze Menge passiert. Ja, bei den anderen auch. Bei den anderen Menschen auch. Jeder 80-Jährige hat einen Roman, den er nicht schreibt. Aber den er erlebt hat, der ist geflohen, der ist Flüchtling, der ist da, der eine, sein Vater, wurde in Grusland verschleppt. Alle haben Scheidungen, haben sie Familiendramen. Also, jeder hat seinen Roman, das ist nichts Besonderes. Jeder hat einen Roman. Gott sei Dank schreiben nicht alle diese Romane. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!